Wir freuen uns, Sie endlich wieder im Staatsbad Bad Kissingen begrüßen zu dürfen. Wir haben Sie ganz arg vermisst. Die Gesundheit aller ist unser höchstes Gut und deshalb haben wir alle Maßnahmen ergriffen, damit Sie Ihren Urlaub bei uns sorgenfrei und ganz entspannt genießen können. Mit dem entsprechenden Abstand und den Hygieneregeln. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald in Bad Kissingen. In der Wandelhalle heißen wir euch herzlich willkommen. Ihr könnt ja wieder die Heilwasser probieren, die euch die Brunnenfrauen ausschenken. Ihr könnt aber auch gerne die Touristinformationen wieder besuchen. Es ist auch wieder möglich, an Gästeführungen teilzunehmen, Wanderungen. Das Gradierwerk ist auch wieder geöffnet und auch die Kneipp-Landschaften. Wir wünschen uns, dass Sie kommen und dass die Gäste einen wunderschönen Urlaub wieder verbringen können, hier in diesem Traumbad.